Hallo meine Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars The Old Republic. Wir sind ja hier immer noch in diesem Palast und versuchen jetzt diesen Moff Dracen da mal zu finden. Willkommen. Ich würde euch ja ein paar dieser ausgezeichneten Aufputscher anbieten, aber meine Krieger haben bereits alle aufgebraucht. Ergebt euch, Moff Dracen. Ich sorge dafür, dass euch niemand etwas antut. Ich hoffe, ihr erkennt, welche Ehre euch heute zuteil wurde. Ihr werdet eine zentrale Rolle in der Geschichte der Galaxis spielen. Euer Tod wird der letzte Schlag sein, der die Republik trifft. Und jetzt wird es Zeit, diese Sache zu beenden. Genau wie ich es programmiert hatte. Jetzt ist Schluss damit. Ich bin... Gut, dann reden wir mal mit dem Knüsch. Glaubt ihr etwa, ihr habt gewonnen? Die Republik hat die Kontrolle über Quash verloren. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Jedi so leichtgläubig sind. All das war nur ein Ablenkungsmanöver. Ihr wart nie stark oder tapfer genug, um das Imperium niederzustrecken. Und ihr werdet es auch nie sein. Captain, fesselt diesen Mann und bringt ihn zum republikanischen Stützpunkt. Mit Vergnügen. Ihr solltet weiter. General Corwin wird im Kriegslager auf euren persönlichen Bericht warten. So. Okay, dann wollen wir mal. Ich nehme an, dass es dann jetzt aber hier zu Ende ist. Alles klar. Okay. Okay. Mysteriöser Sith Lord. Naja, was soll denn die für mysteriös sein, ne? Sind ja auch nur drei. Es ist ja echt schuld, wenn man sich mit uns anlegt. Mein Reden. Okay. Okay. Meine Güte, ich hatte mit Ärger gerechnet, als der Kontakt zu Broga und Majotrik abgebrochen ist. Aber das hier habe ich nicht kommen sehen. Seid gegrüßt, General. Lord Magrus, ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, bis die Sith in den Krieg eingreifen. Und ihr seid sicher der kleine Jedi, der ihnen hilft. Wie reizend. Konntet ihr niemand Besseres finden, Corwin? Ihr habt mein tiefstes Mitgefühl. Kommen wir zur Sache. Ich muss euch zu meinem großen Bedauern mitteilen, dass euer verehrter Diener und Kriegsheld Majotrik die Seiten gewechselt hat. Ihr steht mitten in seinem Werk. Er hat seine eigenen Soldaten umgebracht, um Broga zu mir zu bringen. Ich halte den Hutten eurer ehemaligen Giftmine fest. Ein weiteres Geschenk von Majotrik. Das ist mein Fehler. Ich hätte es kommen sehen sollen. Glaubt ihr, dass dieser Sith die Wahrheit sagt? Tri könnte auch ein Gefangener sein. Das würde die Lage nicht minder aussichtslos machen. Quash ist so gut wie verloren. Uns bleibt nur wenig Zeit, um wieder die Kontrolle zu erlangen, bevor das republikanische Kommando uns zurückbeordert. Wir müssen Lord Magrus aufhalten. Und wenn der Major sich gegen uns gestellt hat, müssen wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Diese Mine ist sicher eine Falle. Natürlich ist das eine Falle. Aber uns bleibt keine andere Wahl, als hineinzulaufen. All unsere Hoffnungen ruhen jetzt auf euch. Findet Lord Magrus und Majotrik. Beendet diese Angelegenheit und rettet Broga, wenn möglich. Ich kehre zur Basis zurück und warte auf euren Bericht. Viel Glück. Ja, wenn man Verräter in den eigenen Reihen hatte, dann ist man im wahrsten Sinne das Wort das Verraten und Verkaufte. Dann hat man echt so gut wie keine Chance mehr. So. Weißt du, womit dieser Typ von der Republik da gerade angekommen ist? Wir brauchen jetzt. Aber egal, dann machen wir den Major auch noch platt und dann ist gut. Einer mehr, aber... Und jetzt sind wir treue Anhänger der Republik. Hoffentlich wiegen die Credits den ganzen Ärger auf. Einer mehr oder weniger macht da keinen Unterschied mehr. Und jetzt sind wir hier. Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Kacke. Okay, doch ein Bonus. Okay, gut. Gut, ich dachte, hier gibt es kein Bonus hier draußen. Ich dachte, er ist drin in der Mine. Aber okay, gut, dann müssen wir... Oder was muss ich denn? Wollen wir mal gucken, dass wir die alle auch mal erwischen, ne? Jeder hat irgendeine Schwäche. Ich sehe hier die starken imperialen Truppen. Okay, jetzt zählen die hier dazu, oder? Aber egal, machen wir einfach mal. Okay, die Göhner sind nicht dazu. Aber eigentlich müssten die jetzt dazugehören, hier. Die beiden schon zum Beispiel. Ah! Imperial Gefahrgutkommandant, das ist also so einer Okay Wollen wir doch mal Jeder hat irgendeine Schwäche Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen Was ist der Gefahrgutkommandant? Okay, dann wollen wir Was ist der Gefahrgutkommand? Was ist der Gefahrgutkommandant? Was ist der Gefahrgutkommandant? Was ist der Gefahrgutkommandant? Was ist der Gefahrgutkommandant? Was ist der Gefahrgutkommandant?